Hey Kinder, was geht bei euch ab? Wie ihr sehen könnt, habe ich mal wieder testweise einen Rahmen drin. Es sah einfach wieder so bescheuert aus, gerade eben als ich da hochgeguckt habe, wie ich fliege über dem Geschehen. Also hier ohne Rahmen um mich, aber so ein Rahmen sieht doch irgendwie kack, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt einfach irgendeinen Rahmen genommen, zack, aber der sieht echt bescheuert aus, ne? Was sagt ihr generell zum Rahmen? Es sieht komisch aus, wenn ich so schwebe, finde ich. Wie wäre es einfach? Hello Team. So ein Rahmen um mich drumherum? Ja, ich weiß, hier backe ich auch raus, ich habe aus Versehen den... Ah, scheiß. Rahmen oder unter mir so ein Strich, dass ich auf etwas drauf sitze mit der Facecam oder gar nichts. Es sieht halt echt komisch aus, weil ich einfach dann hier unten abgeschnitten bin und das war's. What? Achso, ja, ich spiele wohlgemerkt Non-Prime. Ich bin dann auch auf dem zweiten Account hier und den muss ich endlich auf Level 21 bekommen, damit ich auf Prime kommen kann mit dem halt. Kommen wir zum Hauptthema, meine kleine RL-Story und zwar, das ist mir erst richtig aufgefallen irgendwie jetzt die letzten paar Tage, dass wir hier ganz Besonderes... Oh mein Gott, ich kippe mit dem Headshot des Todes und der Mate blockt mich! Also ich konnte nicht weiterschießen, weil der Mate von mir rumgehampelt ist, geil. Wir waren vor Wochen in der Metro, falls euch das nicht sagt, das ist so ein Großhandel, einfach so ein Großhandel, so wie C&C oder wie er da heißt. Naja, wir waren dort eben einkaufen und meine Freundin hat Klobpapier eingepackt und ich dachte, okay, Klobpapier kann man den immer gut gebrauchen, ne? Scheiße. So, ich hab den Raben mal in die richtige Ebene gemacht, der ist jetzt vor mir, der Cam-Raben, dass ihr es wisst. Ähm, ja, wir hatten Toilettenpapier und mir ist da vor ein paar Tagen aufgefallen, dass da so Nielpferde, würde ich sagen, fuck, keine Nielpferde, Nashörner, nein. Einhörner! Scheiße! Oh mein Gott, alter Mann, Wortschwund. Dass da Einhörner drauf sind und so komm ich, ähm, rosa Dinger, ich glaub, rosa Scheißhauf. Fuck, da steht ja einer, Boys! Die stehen doch in einer Reihe hinter mir, hat den keiner gesehen. Mir sind also diese Figuren aufgefallen, aber ich hab da, ich hab, naja, ich hab das nur visuell gesehen, was, dass wir da was, was praktisch was Neues am Start haben. Und jetzt bin ich gerade gestern hin und hab mir, ich wollte mir die Nase putzen, hab mir nichts gefunden, hab mir einfach ein Stück Klobpapier genommen. Und, ähm, wir haben Zuckerwatte-Klobpapier. Es riecht nach Zuckerwatte oder nach irgendwas Ultrasüßem, also es ist echt, ich find's voll merkwürdig, also. Es ist, äh, zum Glück nicht aus Zuckerwatte, das wär wirklich widerlich. Aber wir haben nach Zuckerwatte riechendes Klopapier. Ich hab beim Klopapierkauf noch nie auf sowas geachtet oder so, und ich hol einfach immer das Günstige oder wie auch immer. Äh, beziehungsweise meine Freundin kauft halt meistens ein oder ist die Einkäuferin und ich schlurfe nur nebenbei her. Ja, wer wird denn, von wem wird sowas geordert? Na also, welcher Businessman sagt sich, Männer, wir brauchen noch Toilettepapier und zwar gut riechendes Toilettepapier. Lass es auch gut schmecken. Für alle Fälle. Fuck. Klar, so nach Mentode oder irgendwie erfrischend, okay. Aber Zuckerwatte? Naja. Jetzt hab ich halt eine Zuckerwatte hinter. Oh! Und ein paar Pappen. Zwei gegen vier. Sieht sehr schlecht, oder? Das ist One Library. Mein Gott, der ist ja, der ist ja. Der ist rechts von dir. Hat er den nicht gesehen? Ich sag noch One Library. One Spot, ey. Oh, wie bitter, Mann. Der ist aber auch jetzt gerade echt lucky entwischt. Oh, die pushen sich. Die Bitschütt. Kann ich hier mal durch, bitte? Danke. Ja, nice. Es guckt keiner, alles klar. Ich hab nicht die Bombe. Ich sollte wir... Ergibt mir! Scheiße, Scheiße. Es ist wirklich Wahnsinn, wenn man bedenkt, wie die Rank-Verteilung hier ist. Also es ist drei Ranks unter meinem eigentlichen Rang oder vier. Ich müsste eigentlich jetzt 30 haben oder so. Und dann spielt man ein Supreme-Spiel und ist Carry mit... Mal weiß ich, wie viele Punkten. Ich will einfach nur Level 21 werden, damit ich dann geprimet werden kann. Da geh ich auch gerne mal eine Runde ohne Kevlar ran. Kevlar ist ja eh für Anfänger, wisst ihr ja. Wisst ihr, wer ja nicht getroffen wird, der braucht doch kein... Boah, mate! Der braucht doch kein Kämpfer. Nein, 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 Chicken! Ich bin, glaube ich, Level 15 oder Level 16. Es fehlt also nicht mehr viel. Vielleicht schaffe ich das ja irgendwie im Laufe der nächsten Tage. Ich glaube, ich hab schon mal gefragt, aber ich frage jetzt nochmal. Wisst ihr zufällig, ob die Punkte und auch Win oder Lose mit in die Punkte für das Level abspielen? Also wenn ich gut spiele, hab ich dann auch mehr Punkte für dieses CSGO-Level? Sergeant Major, Hans Wurst und so weiter. Der hat das Huhn gekillt, super. Was für Menschen sind das? Die einfach die Hühner killen hier. Ich weiß es, beim Böchste will ich nicht. Nicht die Kills klauen hier. Was geht? Oh! Geschickt! Ja, holen wir jetzt noch ein paar Runden oder was? Gibt es doch einen Sieg. Schossen! City One. Er geht mir da ran, Hedschot, Alter. Rastet ich jetzt gerade aus oder rastet ich jetzt gerade aus? Hütchen, komm mit! Ich schnitze gerade, boah, ich lasse mich mal in Ruhe hier. Zucker, Watt, Toilettenpapier ist es zu glauben. Habt ihr sowas schon mal gehabt? Oder sowas ähnliches? Das läuft gerade voll gut. Vielleicht kommt jetzt hier der Rank durch oder die Elo-Grenze, der Unterschied. Vielleicht haben sie vorhin einfach... Oh, in human collections! Sagen sie alle, wenn sie meine Briefmarkensammlung sehen. Ich sag, das ist ein Gude. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. One Apartments. Da ist einer drin. Und hat der Mate überlebt? Man weiß es nicht. Ich wohne das Leute spielen, Apartments. Oh, das sind zwei. Nein. Nein, oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Da ist schon mal der Balcony kill. Sehr gut. Hab mich gut angecallt. Ich weiß. Zu Upper-Mid, now. Okay. Nein. Was, die Mates waren schon tot? Uh. Was macht denn Orange jetzt? Muss er sich jetzt zwingend im Hintern rumpulen und da stehen? 60, verdammte Kacke. Jedes Mal geht der erste Headshot rein, den Rest treffe ich nicht. Und still on, Apartments. Shit. Jetzt müssen wir mit MPs ran. Still Apartments. Scheiße, nein. Ich kann mir nicht entscheiden, ob ich die AWP aufhebe und dann zurückgehe und dann ist aber der Ding... Ah. Oh, Bot. Jetzt hast du die AWP. Sehr schön. Oh mein Gott, der Bot ist gleich weg. Mit der AWP geht er vor. Oh, nein. Scheiße. Er kommt auch mit der Ding angerannt, ne? Mit der Auto. Ihr müsst da oben gucken, wenn dann, äh, so einer oben, einer unten. Bomben. Bomben. Achtung. Ah. Zu viele Möglichkeiten. Wir rechnen damit, dass er da in der Ecke sitzt. Da. Er will schon wieder da lang rushen. 15 HP. Sie wollen nochmal rushen. Das ist wahnsinnig. Jetzt müssen wir Waffen haben. Wer macht denn sowas? Na gut. Okay, das ist halt dann doch die Elo. Da merkt man's. Hey, die pushen jetzt durch auf A. Bomben ist schon wieder down, labernit. Nein. Time. Fuckin. Ja, mach mal einen Molli aus, damit er die Bombe aufpicken kann. Oh, God. Bomben down. Scheiße. Das war halt klar, ne? Mit meinen 2 AP. Ich krieg das Bomben auch. Jawohl, Barerni. Wooo. Geht zur Seite, bitches. Oh, fuck. Da ist ein AWP. Boom. Bitch. Get out my way. Komm her. Jetzt hab ich natürlich wieder Kills für den Bot gesammelt, ne? Ja, klar. Ja, ja, natürlich. Logisch. Und ich hab keine Waffe, sehr schön. One more rush, maybe. Es ist schon putzig und vor allem muss ich wirklich sagen, es ist enorm, was die für ein Verhalten an den Tag legen. Ich kenne sonst nur ganz wenige, die auch bei einem 15-10 in der letzten Runde immer noch so mithalten. Dafür halten, ne? Bomben down, upper mid. Die meisten, die ich kenne, die geben halt dann auf, ne? Innerlich. Die sagen sich so. Wir haben ja eh verloren. Wo ist der Lurch? One spoiler. Two spoiler. Another one. Ah, scheiße, nein! Ah, schade, Mann. Warum hab ich mich das letzte Mal gezeigt? Ich bin mit ein paar AP da hin und der... Nein, 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 nein. Es sind doch zwei. Es sind doch zwei, du Döde. Was machst du? Anstatt sich irgendwie in Sicherheit zu bringen, feitet er ihn. Naja, okay, warum nicht? Naja, immerhin hab ich zum Schluss ein bisschen aufdrehen können. Das war ja schon mal nicht schlecht. Ich werd jetzt hier einfach weitermachen und gemütlich auf Level 21 hochpimmeln. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank für die Daumen-Action aufs letzte Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao! Adjustieren.